Ich liebe Wuppertal, weil ich mir eigentlich noch nie Gedanken darüber gemacht habe, bis ich jetzt hier stehe. Und eigentlich komme ich ja aus Feindesland, aus dem Ruhrgebiet, könnte mir aber niemals mehr vorstellen, woanders zu wohnen, weil Wuppertal einfach so viel Kulturelles bietet, was mir unheimlich viel Spaß macht. Ich habe hier viele Leute kennengelernt, jetzt inzwischen auch viele Leute aus arabischen Ländern. Und ich finde, dass Wuppertal sehr freundlich ist zu allen Menschen hier und ich freue mich, ein Teil davon zu sein.